Guten Tag und ein herzliches Grüß Gott vom Versicherungskammer Maklermanagement hier in München. Mein Name ist Holger Bartsch, ich arbeite als Accountmanager Deutschland Süd im Maklervertrieb für private Krankenversicherungen und ich freue mich sehr, Ihnen heute wertvolle Informationen und Vertriebstipps aus dem Geschäftsfeld private Krankenzusatzversicherungen präsentieren zu dürfen. Mit diesem Beitrag darf ich Ihnen heute die Tariflinie Klinik Privat, also unser Angebot an Krankenhauszusatzversicherungen vorstellen. Es geht hier rund um die Unterbringung und um die medizinische Versorgung im Krankenhaus. Stationäre Zusatzversicherungen gibt es natürlich bereits sehr viele von vielen verschiedenen Anbietern mit ähnlichen und vergleichbaren Inhalten auf dem Markt. Wir haben uns für Sie und Ihre Kunden ein paar Besonderheiten einfallen lassen. Inhaltlich bietet der Tarif Klinik Privat folgende Leistungen. Freie Krankenhauswahl, also auch Privatkliniken, die sogenannte Wahlarztbehandlung, das bedeutet ich als Patient entscheide, wer mich behandelt oder operiert. Komfortable und genesungsfördernde Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer, das sogenannte Rooming-In, also wenn ein Kind in der Versicherung mit beinhaltet ist, die Möglichkeit, dass Sie als Erwachsener, als Elternteil auch mit ins Krankenhaus gehen. Volle Leistungen bei Anschluss Heilbehandlung, ambulante Operationen, wenn sie als Ersatz für stationäre Maßnahmen möglich sind, wie kosmetische Operationen, falls sie unfallbedingt erforderlich sind. Die günstigste Variante in diese Tarifwelt oder Einstiegsmöglichkeit in diese Tarifwelt bietet die sogenannte Klinik Privat Unfallvariante. Wie der Name schon verrät, leistet dieser Tarif in vollem Umfang, wenn der Krankenhausaufenthalt unfallbedingt erforderlich ist. Das Besondere dabei ist, dass die Gesundheitssituation vor Vertragsabschluss, also eventuelle Vorerkrankungen, dabei keinerlei Rolle spielen. Und dazu kommt noch der konkurrenzlos günstige Preis für diesen Versicherungsschutz, der bereits bei 4,50 Euro Monatsbeitrag für Erwachsene die Möglichkeit in diese Tarifwelt als Einstieg bietet. Sogar für über 60-Jährige ohne jegliche Beschränkung des Eintrittsalters ist der Neuabschluss im Klinik Privat Unfall noch möglich. Überaus attraktiv und sinnvoll ist auch die zweite Variante des Tarifs, nämlich der Klinik Privat Option. Hiermit können sich vor allem junge und gesunde Menschen bis zu einem Eintrittsalter von 49 Jahren den Zugang zu diesem gewünschten Versicherungsschutz für später jetzt schon garantieren lassen. Dafür ist jetzt bei Vertragsabschluss einmalig eine Gesundheitsprüfung per Antragsfragenbeantwortung erforderlich, um dann später jederzeit in den gewünschten Versicherungsschutz umsteigen zu können. Für lediglich 3,14 Euro pro Monat ist ein hochattraktives Einstiegsangebot vorhanden, das übrigens auch mit der vorher vorgestellten Unfallvariante kombinierbar ist. Kommen wir schließlich zum Highlight der Tariflinie, dem Klinik Privat Premium. Hier bieten wir vollen Versicherungsschutz für alle Krankenhausaufenthalte, ganz egal aus welchem Grund diese auch immer erforderlich sind. Die Leistungskriterien sind hierbei dieselben wie bei der bereits erläuterten Unfallvariante, hier für Sie nochmal auf einen Blick eingeblendet. Und um auch wirklich allen Wünschen gerecht zu werden, haben wir den Klinik Privat Premium sowohl mit als auch ohne Alterungsrückstellungen für Sie und Ihre Kunden kalkuliert. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass alle diese Varianten des Klinik Privat sowohl klassisch, also per PDF-Antrag, als seit kurzem auch schnell und einfach online abschließbar sind. Und dabei findet sogar die Risikoprüfung online statt, also direkt am Point of Sale. Das bedeutet, dass Sie während des Beratungsgesprächs Ihren Kunden eine fallabschließende Entscheidung präsentieren können. Das ist derzeit einzigartig am deutschen Versicherungsmarkt. Wenn Sie diese personalisierte Online-Abschlussstrecke für sich noch nicht eingerichtet haben, kommen Sie dafür gerne jederzeit auf Ihre bekannten Ansprechpartner vom Versicherungskammer Maklermanagement zu. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne dafür zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem viel Erfolg mit unseren Krankenzusatztarifen.